Die 286, 286, 286, 7-jährige in Belgien gezogene Farouk de la Pau von Vigo d'Arzoui mit Thibaut Lejeu, Belgien. Anja Vespi-Märkli, die Aufnahme, bei den Amateuren, alle, wenn es geht. Den Namen nochmal, hier und den Pferdenamen und dann... Oh, Töfel, so doof. Was schickt ihr denn? Ne, ich kann es hier auch fertig machen. Wir können es Ihnen auch gerne zuschicken, aber das kann ich sogar heute Abend schon. Das ist dann auch voll gut. Ohne Fehler, der Wechsel an der Spitze. 62, 87 Sekunden, 10-4, 62, 97 Sekunden, Premier Platz clear, 62, 87 Sekunden, he takes the lead.